Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, heute ist der 21.12.2020 und es ist 10.28 Uhr. Ich habe bis um halb zehn geschlafen, bin jetzt schon eine knappe Stunde wach und werde jetzt gleich loslaufen zum Weihnachtsbaumhändler, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Die Lieferung hat ja letzte Woche irgendwie nicht so richtig geklappt, deswegen muss ich das heute per Hand versuchen. Also, wie sagt man, nicht automatisch, sondern manuell. Ich werde mit dem Fahrrad hinfahren und gucken und wenn es da noch was gibt, oh, dann nehme ich da was mit. Ja, ansonsten sehe ich immer noch ein bisschen unrasiert aus, bin ich auch, sehe ich nicht nur aus, aber ich schaffe das jetzt nicht vor dem Weihnachtsbaumkauf, das geht einfach nicht. Aber ich werde morgen oder spätestens Mittwoch die Mecke im Gesicht wegmachen, damit ich dann am Donnerstag für die Mama präsentierbar bin. Wie sagte der Korgan gestern im Stream? Rasier dich mal, deine Mutter soll sich doch nicht vor dir erschrecken. Und er hat ja recht. Er hat ja recht. Ansonsten, der Stream, Thema Stream gestern war gut, zwölf Stunden haben wir gestreamt. Ja, ich fühlte mich eigentlich relativ fit, also die letzten zwei Stunden war ich vielleicht etwas ruhiger, aber es hat ganz gut funktioniert und die kleine Pause zusammen mit Zurück in die Zukunft, den ersten Film, tat auch ganz gut. Ich habe was gegessen und ein leckerer Cookie and Cream Shake getrunken und wir haben gemeinsam auf Amazon Prime mit so einer Watchparty zusammen den Film geschaut und das lief, glaube ich, ganz gut. Das hat ganz gut funktioniert. Oh, was steht denn da? Oh, eine Playstation 5. Ach Mensch, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und aufgedreht und aufgekratzt wegen dem Gerät. Wir haben das gestern benutzt für PS4-Spiele. Ich werde demnächst auch mal ein PS5-Spiel ausspielen, dass man mal grafisch vielleicht noch mal so ein bisschen überrascht wird. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Heute wird ab 14 Uhr Spider-Man DLC gespielt, vom ersten Spider-Man. Und morgen auch noch mal. Also ich hoffe, dass ich heute und morgen durch die DLCs durchkomme. Ja, und das ist es dann auch vor Weihnachten mit Streams. Am Mittwoch werde ich damit beschäftigt sein, die Bude auf Vordermann zu bringen, Plätzchen noch mal zu backen, einen Nudelsalat vorzubereiten für Donnerstag. Ja, vielleicht noch mal einkaufen zu gehen. Plätzchen, was ich heute und morgen nicht schaffe, mache ich dann am Mittwoch. Ja, und dann geht es am Samstag weiter. Wir haben zwei, also wir haben eigentlich drei Spiele gestern gespielt. Wir haben gestern gespielt The Last Campfire, was wunderschön war. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr berührt. Grafisch sehr schön und auch von der Erzählweise her ein sehr angenehmes Spiel. Dann haben wir Timeline, also da ist so ein N noch mit drin, aber nicht so richtig. Mein Bart hier, der wird weiß. Die Haare werden weiß. Das irritiert mich die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, Timeline gespielt, das war auch ganz gut, aber ist nur auf Platz drei von den Spielen. Und dann haben wir noch gespielt Shady Part of Me und das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig gut gemacht. Also die Bilder, die Musik, dann die, ja, die verbale Untermalung, die war heftig. Also an einer Stelle musste ich mich sogar kurz mal ausklinken, weil die Emotionen so krass hoch geschaukelt waren. Ja, und die beiden Spiele, also, was war das, Shady Part of Me und Last Campfire werde ich jetzt am kommenden Samstag und Sonntag spielen. Ich muss mal kurz husten. Dass das immer beim Blog kommen muss. Schrecklich, dabei habe ich doch gerade was getrunken. Also, auf jeden Fall, die beiden Spiele will ich weiterspielen und vielleicht auch durchspielen. Mal gucken. Also am 27. und am 28. oder am 26. und am 27. werde ich die beiden Spiele weiterführen und vielleicht auch beenden. Wir gucken mal. Gut, das ist es von mir. Kommt gut durch den Rest oder durch den, ja, durch die restliche Woche vor Weihnachten. Die letzte Woche vor Weihnachten. Heute ist ja Montag. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gestartet. Die unter euch, die arbeiten müssen, kommt gut durch die Arbeit. Und die, die frei haben, genießt eure freie Zeit. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, heute um 14 Uhr mit Spiderman. Ja, aber nicht Morales, sondern Peter Parker. Also mit Parker, nicht mit Morales. Miles Morales, MM. Und Peter Parker ist ja PP. Ist das Zufall? Ist das Absicht? Ich glaube, das ist Absicht, oder? So, drückt mir mal die Daumen, dass ich jetzt noch einen Weihnachtsbaum kriege. Und, dass ich heute keine von den Sendungen verpasse. Das wäre ein bisschen blöd. Ne? Mamas Geschenk ist da noch dabei. Und, äh, ansonsten, ja, habt einen schönen Tag. Vielleicht bis später. Und falls nicht, dann, äh, bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Hier auf diesem YouTube-Kanal. Tschüss.